Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Daggerfall. Und ja, wir haben irgendwie das Problem, wie ich gerade erfahren habe. Ich habe mal gegoogelt, wie man überhaupt zur nächsten Quest kommt. Da müssen wir eigentlich eine Quest erfüllen für die Nekromanten. Das auch mit dieser Festung hier zu tun hat. Und wir haben keinen Erfolg, also keinen guten Ruf bei denen. Das heißt, wir stecken jetzt erstmal fest. Das heißt, ich finde irgendwie etwas, um es zu fixen. Ansonsten kommen wir mit der Quest nicht weiter. Beziehungsweise wir können mal schauen, ob wir hier vielleicht doch noch, wenn wir mit Load und quatschen. Oder mit Alt Key oben. Ob wir da nicht doch noch vielleicht irgendwie weiter kommen. Äh, weiß. Also is having business with Queen Aukuriti. Pass through the door at the back of the hall on the right hand side. Ich würde sagen, wir versuchen das trotzdem noch mal hier. Und quatschen mal mit Aukuriti. Oder wie ich jetzt... Keine Ahnung, wie man die jetzt richtig ausspricht. So. Good day to you, Max. Queen Aukuriti. Any news? Summoners of Meryl and the Fighters Guild were close allies until that ancient at that palace. Ich komme hier erstmal nicht weiter voran. Was ist mit dem? How can I help you, stranger? I don't spread this around, but Toulon and the Masonry Majors are walking together. Ja, irgendwie... Ich weiß es nicht. Wir müssten vielleicht... Es schaffen für... Die Nekromanten, irgendwie wieder... Ja, wieder gut mit denen zu sein. Ich weiß es nicht. Also... Wenn wir jetzt hier mal wieder gehen. Und dann hier schauen. Wo kann man... Können wir sehen? You are happy? Äh... Lone... Lone due date? Level... So, Warrior... Nord... Ne, das lassen wir so. Affiliations. Ich würde gerne wissen, was für einen Ruf ich jetzt... Äh... Weit den anderen habe. So... In der Tevinruhe. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Rares and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysander's Ghost, I should start by speaking with the royal families of these Thieftains. Wo war eigentlich... Brissianna? In welcher Taverne? Wenn wir jetzt hier mal die Dungeons rausnehmen. Daggerfall war ja... Hier. Rolling Castle in... East Card. Ich glaube die war hier. Wenn wir da hingehen. Können wir mal schauen. Ne, hier war das nicht. Obwohl... Wir können trotzdem mal hier durchgehen. Vielleicht war sie doch hier. Der sieht super aus. Von der Lady Brissianna war jetzt nicht hier. Das ist auch nicht Lady Brissianna. Diese. Jeder war das nicht hier. Der waren wir jetzt noch der hier. Also das ist... Wo geht es jetzt nochmal raus? Hier. Hier. vielleicht war es hier auch nicht ich würde sagen wir suchen mal die Black Dungeon Lodge. Hier auch nicht. The Feather and Sword Lodge. Müssen wir wirklich mal frauen? The Thirsty Castle. Auch nicht. Wo hatten wir Lady Brissianna? The Lynston Muskrat Inn. Ich suche jetzt etwas was mir vielleicht bekannt vorkommt. Wo wir vielleicht... Crosswood Burrow? Nee. Rowtry. Tam Head. Newell Kurt. The Lucky Priest Lodge könnte auch sein. Aber ist es auch nicht. The Pick and Guard Inn könnte auch sein. Das ist Syrah. Aber nee. The Bad and Muscat Pub könnte vielleicht hier gewesen sein. Nein. Wo waren wir? Wegen Lady Brissianna. Ah, wir sind jetzt zum Werwolf. Natürlich. The Thirsty Barbarian Hotel könnte auch das gewesen sein. Aber nein. The Beaver and Ogre Pub. Bad and Stack Pub könnte auch gewesen sein. Oder waren wir gerade noch hier? Das sind so viel zu viele Orte. Wirklich viel zu viele. Wenn ich nur wüsste wo. Da waren wir gerade alles. The Rusty Wolf Lodge. The Rusty Wolf Lodge. Nee. The Crimson Giant Giant Lodge. The Dwarfen Woodchuck Lodge. The Flying... Nee. The Silver Bird Pub. Nee. The Thirsty Barbarian Hotel. The Thirsty Barbarian Hotel. The Thirsty Barbarian Hotel. Da waren wir gerade. Ansonsten würde ich sagen, ich mache nicht einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. so da bin ich auch wieder ja es ist doch nicht so einfach rauszufinden wo ich die ja die dings hatte wo wir brisenne hatten ist echt nicht einfach so das leben also egal dann wie sie sagen wir gehen wieder doch zurück nach zur hauptstadt der fall und dann muss ich mir überlegen wie wir das jetzt eigentlich lösen werden irgendwie müssen wir das ja lösen mit der hauptquest wir müssen bzw ich glaube ich hier war das mit den mit den nekromanten dass wir das bequest für die kriegen müssen wir mit indianer rutschen wie sieht es hier jetzt auch mit unserer gesundheit natürlich dann wieder ganz unten genau nach norden müssten wir ja da kommen wir auch schon gleich an hatten wetter aber echt ich habe sonst absolut gar keinen plan wie wir es mit den nekromanten und wieder gut machen können so hier einmal sehen wir müssen vielleicht mal mit morgier quatschen oder elysianer wie die hieß wir müssen vielleicht mal mit morgier quatschen oder elysianer wie die hieß denn irgendwie muss ich das mit den nekromanten wieder gut machen damit wir die eine quest kriegen damit wir mit der hauptquest vorankommen wir haben das absolut verkackt mit denen so elysianer ist ja hier so tell me about the necromancers it is best not to even talk about the necromancers unlike the magiskalde they are devoted to a sing singular cause but despite our stories to the contrary no one knows what this cause may be there may be more to it you have at least master the minimum forms of etiquette but i just don't know die vielleicht vielleicht hier auch politisch und hier nochmal so sorry max i can't help you with that you couldn't care less about the necromancers take your peasant feet away from my noble person arencia vielleicht if you are available for hire i need someone reliable to carry out a certain covered mission i it might be rather time consuming but i assure you that you will be suitable compensated are you interested klar okay very good i am giving you an emerald for you to give me contact that is the master field of estale he will be waiting in the woodturn residence the item needs to be there in 11 days that's very important once you've made it that far then the steel master field will have further instructions i'm counting on your discretion max and you will be watched good luck and thank you ja dann haben wir jetzt erst mal the woodturn residence in easthale ne neue quest so east tail einmal suchen east tail da hinten east tail im westen bin ich jetzt wieder ein wolf alles klar alles klar das heißt ich werde jetzt erst mal nicht die werbe aus verlieren beziehungsweise hier äh gut was will der jetzt der teach guide hat ist word that you are carrying a gemstone of considerable value hand it over and i will get you off easy nope kriegste nicht Ah, ne warte, Menschen müssen wir ja nicht erledigen, kann ich mit der quatschen, you get no response, auch no response, kann ich das jetzt, mit irgendwie muss ich doch jetzt quatschen können, oder, so, machen wir noch einmal, so, ah, komm, dann muss ich das anders machen, machen wir noch einmal, so, ah, wer will schon wieder was, immer die Diebes gilt ich hier, kann ich jetzt hier, alter, muss ich jetzt in eine Taverne gehen, ne, da haben wir eine, wo ist denn der Eingang, ja, da, room, eine Nacht, jo, dann machen wir 24, ernsthaft, kann ich hier jetzt läutern, nochmal, 24, alter, die lassen mich hier nicht ausruhen, ernsthaft, und jetzt komme ich hier nicht mal raus, dann machen wir das anders, dann muss ich jetzt, für kurze Zeit eben in eine andere Stadt und dann wieder hier hin, gehen wir eben da, und der auch noch, ah, das ist jemand, der so oder so Jagd auf mich gemacht hat, okay, so, East Tail, was sagt jetzt die Uhrzeit, so, okay, wir bleiben jetzt so auch, so, dann suchen wir mal irgendwen, der mir sagen kann, wo ich das eine Ding da finde, so, äh, so, General, the Good Town Residence, immerhin einer, der mir zeigt, wo das ist, Alter, so weit im Norden, ja, gut, dann, halt so weit nach Norden, dann wird das erst mal ein weiter Weg, das ist wirklich ein sehr, sehr weiter Weg, das ist wirklich ein sehr, sehr weiter Weg, das da, du hier willkommen, so, wo ist denn der dude, hier ist er nicht, dann haben wir nur noch hier, ist er da, ein warm hallo to you, good max, ah, hier, A good last carrier Queen Berencia hired never found me and he we had to hunt him down was unpleasant here is the agrotat it goes to Margaria king house this young lady in green in longing you need to get it there in less than 11 days good luck Max in longing lady in green in longing wo haben wir longing so wo finde ich dann die lady in grün once there I may be given further instructions und dann hier zu agrotat to bring a place called Mordanes Market dann ist der Meisterscribes more greener king house als der young lady in green so warte Mordanes Market die schon wieder nervt manchmal so äh general stores Mordanes Market find it just that way just going north just going north you see that you see that lady in green da haben wir sie ah good to see you Max and the agrotat too excellent and here is a 1467 gold reward for your effort and I might add your description your name will not be forgotten ok ok kann ich hier aber irgendwem was verkaufen ok ich werde sicher dass ich hier irgendwem irgendwas verkaufen könnte ihr vielleicht ok excuse me Carolella Hoxley is the name I don't know how I feel about you but I do need a favor my sister Christona Wickhouse is having a birthday next month and I could really use some Ginkgo leaves for the celebration it's worth 100 gold pieces what do you say ach komm machen wir auch mal excellent you are a smart one this is easy gold go to Agro's finest merchandise and find Barbarian Morehouse cheers to specific Ginkgo leaves I need remember there is only a month till the celebration ok mehr ist hier auch nicht ich hatte jetzt gehofft irgendwem irgendwas hier zu verkaufen oder selber gute Sachen zu kaufen aber aktuell komme ich hier einfach von der Story nicht weiter so ok quest so in the tavern she told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Barriers and Sentinel if I am to investigate the mystery of Plisandos Ghost I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms I have promised a hockte of logging that I will obtain some Ginkgo leaves from the Barbarian Mouth at Agro's finest merchandise in return for 100 gold pieces I must return with the Ginkgo leaves before the birthday celebration of Carrea Huxley's sister Christian Wickhouse which is in one month hmm ok wie heißt der Laden Agro's finest merchandise fragen wir mal irgendwen hier eh den Restore da er ist somewhere away south east of hier südöstlich da finden wir dann mal schnell und wo sind das zwei hier haben wir einen General Store gucken wir mal ob hier jemand ist ich habe jetzt keine Lust noch eine Quest aufzunehmen hier müsste doch irgendjemand sein oder nicht ist das überhaupt der richtige Laden muss ich mit dem hier quatschen also so ich würde mich mit dem hier mal kurz in der 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 Die Dinger zumindest verbauten. Und das. Dann haben wir hier noch einen. Die Dinger hat mir jetzt 20 Gold abgezogen. So, jetzt wieder nach Nordwesten. Keine Ahnung wo der Dude ist, der auf uns fließt, aber... Dann geben wir die Quest zumindest hier mal ab. So, da vorne war das. Da. Und dann oben. Danke schön. Das war jetzt... ...einfach nur irgendwie hauptsache beschäftigt oder wie. Aber ich weiß jetzt gerade auch gar nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Hier graduates. Hier Optimum. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Was müssen wir machen? Ich weiß gerade gar nicht, was wir noch machen müssen. Und die Hauptquests befindet sich ja hauptsächlich momentan hier, 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 hier und halt Arsenium. Ah ja, und Minervia. Also die drei Gebiete, das eine Gebiet, das eine Gebiet und das eine Gebiet. Alles andere ist unnötig quasi da dabei, hier. Kann man ein paar einzelne Quests abholen, aber ich komme momentan nicht weiter. Ich müsste hier mit den Nekromanten irgendwie vorankommen. Hier mit denen. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss, für die. Na egal, dann würde ich sagen, ich kletter mal hier hoch. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, oder zur nächsten Folge, versuchen wir mal rauszufinden, was wir machen müssen, damit wir vorankommen. Oder wieder mit den Nekromanten hier wieder gut werden. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Cov mir jetzt mal raus, ich bin's, euer Max Deus. Und da ist ein weiter Herr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020